Absolut, absolut. Wir arbeiten für die Lufthansa weltweit unter anderem. Wir betreuen für... Und ja auch kleinere Konzerne. Also das ist ja das Who is Who des Brandings. Ja, in der Reihenfolge. Ja, das muss man auch sagen. Von oben nach unten. Das finde ich gut. Wie heißt ihr denn? Hannes. Und wie heißt du? Sascha. Was sucht ihr auf der Messe? Ja, dies und das. Wie müssen wir euch vorstellen, dass ihr glücklich werdet und sagt, das war ein guter Messetag? Niemand mehr. Wir haben alle getroffen. Okay, also wonach sucht ihr? Also Advertiser, Merchant, Leute mit Traffic, Leute mit Geld, die Leute, die Werbung schalten. Wir suchen Leute, die AdSense einsetzen. Gutschein-Konny ist zum Beispiel unser Kunde. Uh, das war aber zufällig, ist noch nicht gestellt. So, gilt das für dich auch? Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat, aber ja. Ihr seid offensichtlich eine Reisegruppe. Okay, dann fragen wir mal andersrum. Wo geht ihr heute Abend hin? Eine Party mit O fängt die an. Es gibt hier leider OSK und OM und dann OV irgendwas. Aber alles, was ich weiß, ist so. Und du gehst auf eine Party mit? Irgendwas mit O, ja. Okay, alle gehen auf eine Party mit O, dann würde ich sagen, Attacke und wir sehen uns später auf ein Kaltgetränk, ne? Auf Wiedersehen. Ich gehe auch auf eine Party mit O, aber das sind Mädels. Bim Bam.